Leute, wir haben euch in der letzten Folge nach Hinweisen gefragt, wer wohl diese unbekannte Nummer sein könnte, die uns angeschrieben hat. Und Leute, die unbekannte Nummer ist jetzt offline. Seit 30 Minuten auch, Leute. Ist das ein gutes Zeichen? Bestimmt hat die irgendwas Böses im Sinn. Und Leute, nicht, dass die vielleicht auf dem Weg hier zu mir ins Hauptquartier ist. Alter Leute, das wäre echt scheiße. Aber Leute, lesen wir mal. Lesen wir doch mal eure Kommentare. Schreiben wir jetzt. Ist es Forsti? Aber okay. Leute, sind wir eines Forsti aus in der Mietdurchspielreihe? Okay Leute, weiter, weiter, weiter. Oh mein Gott, Leute, hat einer geschrieben. Ist es Forsti aus Five Nights at Forsti, aka auch FNAF genannt? Oh mein Gott, Leute, glaubt ihr wirklich, ist es Forsti? Oh mein Gott, ja, das könnte gut sein. Da kam ja auch so ein neuer Teil raus. Ja, ja, FNAF Security Bridge. Oder wie auch immer man das ausspricht. Oh mein Gott, Leute. Aber könnte es wirklich sein, dass es Forsti ist? Leute, ich weiß jetzt auch nicht, ob wir die Nummer fragen können. Weil die Nummer ist halt auch offline. Oder vielleicht hat die ihr Handy auch gar nicht mehr bei sich. Vielleicht hat die Nummer auch, vielleicht hat er sie, ist das auch einfach nur ihr Handy verlegt. Oder findet es nicht mehr. Vielleicht ist es ja auch gar nicht auf dem Weg zu unserer Leute. Ich bin jetzt ja eben echt schon vom Schlimmsten ausgegangen, Leute. Wir fragen mal, bist du Forsti? Komm schon. Ich hoffe, es kommt jetzt mal noch eine Antwort. Es muss jetzt noch irgendeine Antwort kommen. Irgendeine Antwort, Leute, muss doch jetzt kommen. Okay, die Person hat geschrieben. Ja, Punkt, Punkt, Punkt. Okay, Leute, es ist auch online. Oh mein Gott, Leute, das ist einfach zu krank. Also Leute, jetzt wissen wir ja, wer die unbekannte Nummer ist. Jetzt können wir endlich auch sagen, er, Leute, es ist wirklich, es scheint wirklich Fordi. Aber welcher? Ist es der normale Fordi oder der Clamwalk Fordi aus FNAF Security und die Bulls? Leute, desto weit habe ich gar nicht gedacht. Das habe ich gar nicht gefragt. Oh mein Gott, Leute. De Fakt, das müssen wir jetzt wohl selber rausfinden, Leute. Was? So, so, Nisi, jo. Du redest also über mich. Nun ja, Leute. Ich bin Fordi. Aber, Leute, warum bin ich so klein? Ich sollte eigentlich viel größer sein, Leute. Oh Mann, und was ist mit meiner Stimme schon wieder los? Ich bin wohl ein bisschen heiser, was? Leute, ich muss dringend größer werden und muss auch so aussehen wie der Fordi von FNAF Security. Das bin ich ja eigentlich auch. Ich bin ein bisschen undercover unterwegs heute zum Valentinstag, weil wo dieses Video aufgenommen wird, ist noch Valentinstag. Ja, ich weiß, morgen nicht mehr, aber heute noch. Hahaha. Nie, wie, jo. Hahaha. Nie, wie, jo. Komm raus. Hahaha. Oh Mann, ich kann echt nicht so gut laufen, Leute. Hahaha. Hier drauf? Ah ja. So, müsste ich doch jetzt hier hochkommen. Hahaha, okay. Leute, jetzt werde ich Nevio angreifen. Hahaha. Oh ja, da vorne sehe ich schon Nevio. So, Nevio, ich komme. Hahaha. Leute, es kommt gerade ganz viele Nachrichten von meinem Handy. Oh mein Gott, Leute. Bestimmt habt ihr wieder Sachen in die Kommentare geschrieben, welcher Fordi es sein könnte. Okay, Leute. Ich würde sagen, wir gucken jetzt mal in 3, 2, 1. Und ihr schreibt alle, es ist Clamwalk, Fordi von FNAF Security. Oh mein Gott, müsste der nicht eigentlich lieb sein? Weil im Spiel war der lieb, Leute. Komisch. Ist irgendwas passiert? Leute, guckt mal, was ich hier gefunden habe. Eine Batterie. Vielleicht hat diese Batterie Fordi böse gemacht, weil Fordi hat ja auch Batterien. Weil das ja so ein Roboter ist, dieser Clamwalk, Fordi. Und Leute, vielleicht macht ja diese Batterie ein Böse. Vielleicht wurden die Batterien ausgetauscht zu diesen und haben die ein Böse gemacht. Leute, das konnte sein. Aber warte, Leute. Hä, hört ihr das auch? Das sind so komische Geräusche. Warte, Leute, wir hören mal. Wie komisch. Leute, ihr schreibt gerade alle, da war was auf meinem Stuhl. Ich soll die Kamera mal nochmal so drehen wie gerade? Was? Sind ihr euch sicher? Alter, Leute, ich kann mal nochmal versuchen, die Kamera so wie gerade zu drehen. Aber ich das nochmal hinkriege, weil das erste Mal war ja nur Zufall, um nach den Geräuschen zu hören. Okay, Leute. So, jetzt habe ich die Kamera eigentlich nochmal genauso gedreht wird. Aber was ist da hin? Ich verstehe nicht so ganz. Ah, oh mein Gott, Leute. Alter, Alter, Fordi. Alter, Leute. Oh mein Gott. Wie ist das? Leute. Das ist doch, das ist doch, das ist doch. Fordi, Fordi. Oh mein Gott, Leute. Fordi, hallo? Hallo? Das sieht so aus, als würde mich Fordi gerade scannt. Scannt Fordi gerade mein Gesicht. Hallo, Fordi. Hey, Fordi. Fordi. Stop. Stop. Stop scan, please. Vielleicht versteht ihr ja nur Englisch. Weil, Leute, ich schreibe gerade alle in die Kommentare. Der hat eben Deutsch geredet. Ey, 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 Fordi. Hört doch jetzt mal auf, mich zu scannen. Warte, Leute. Ich muss mal Fordi vielleicht aus meiner Hand von mir ansonsten. Hier, der scannt mich die ganze Zeit. Hey, Fordi. Hey, Stop scan. Stop scan, please. Leute, please noch. Das ist, dann ist es immer ein bisschen höflicher. Fordi. Hier. Hier. Das ist nichts. Hier nichts. Alter. Und jetzt scannt ihr auch noch mal eine flache Handfläche. Aber Leute, da gibt es doch nichts zu sehen. Ey, Fordi. Alter. Ich muss Fordi mal kurz hier irgendwie wegholen oder irgendwie in so einer, oder irgendwie so in der Position legen oder sitzen, dass die mich halt nicht mehr scannt. Die ganze Zeit. So nach vorne. So nicht. Oder Leute, jetzt müsstet ihr doch euch scannen, oder nicht? Oder Leute, ich sag mal Bescheid. Scannt ihr euch? Oder scannt ihr euch? Ich hoffe mal nicht. Wenn nicht, muss ich halt so die Hand vor seine Augen halten. Aber Leute, der scannt ihr mit seinen Augen. Also die Augen sind ja der Scanner. Oder ich muss ihn zur Seite halten. Dann scannt der halt in Richtung hier das von dem Fenster. Alter. Fordi. Oder Leute. Kann der überhaupt reden? Leute. Jetzt gerade redet der gar nicht. Oder redet der doch nur Englisch. Äh. Fordi. Are you speak German, Fordi? Äh. Ja, ja, was willst du? Ich spreche Deutsch. Was? Okay, Fordi. Aber ein bisschen komisch, äh. Redest du immer so? Oder ist das irgendein Akzent? Leute, wisst ihr, was es mit der Stimme von Fordi auf sich hat? Äh. Okay. Das ist mit der Stimme hier von Fordi auf sich hat? Äh. Okay, Fordi scannt jetzt hoffentlich mal gerade nicht. So, Fordi. Stop scan. Äh. Also. Oder Fordi. Weißt du vielleicht, was es mit deiner Stimme auf sich hat? Ja, natürlich. Ist ja meine Stimme. Natürlich weiß ich, was ich mit seiner. mit meiner eigenen Stimme auf sich hat. Ich bin ja nicht blöd. Ah, ja. So, was weiß man ja normalerweise. Okay. Jetzt stellt sich aber nur noch die Frage, was. Fordi, du hast ja gesagt, du weißt, was. Und jetzt, Fordi, wollen wir jetzt halt auch wissen, was es mit deiner Stimme auf sich hat? Oder was hat jetzt meine Stimme auf sich? Ähm. Ähm. Na schön. Ich bin ein bisschen erkältet. Was, Fordi? Okay. Du bist erkältet? Das ist ja eigentlich jetzt noch gar nicht so schlimm. Na ja, Fordi, du bist also erkältet. Erkältet? Das ist ja jeder mal. Jeder ist ja mal krank oder erkältet. Und vor allem zu dieser kalten Jahreszeit ist es ja eigentlich normal. Na ja, Leute. Aber was wollen wir jetzt mit Fordi machen? Leute, wir müssen den doch irgendwie wegspielen. Leute, habt ihr es gesehen? Der hat eben schon versucht, mich anzugreifen. Irgendwie muss... Den müssen wir irgendwie da einsprennen in den Gruselkeller oder irgendwas. Müssen wir doch mit dem machen, Leute. Und schon mal, Leute, wie kriegen wir jetzt eigentlich hier diesen Clamwalk Fordi unter Kontrolle? Leute, das ist... Das müsste schon Clamwalk Fordi sein hier, oder? Ja, okay, Leute. Okay, Clamwalk Fordi schön brav bleiben. Nicht hier scannen. Okay, Leute, das ist jetzt nur die Frage, wie kriegen wir diesen Clamwalk Fordi hier bitteschön unter Kontrolle, Leute. Irgendwie müssen wir ihn unter Kontrolle kriegen. Leute, fordert er mich hier wieder anzugreifen, Leute. Ich muss den jetzt mal irgendwie wegmachen, Leute. Ich habe eine Idee. Vielleicht müssen wir den irgendwo hier hinten verstecken. Oder wir müssen den irgendwo vergraben, Leute. Weil ich habe hier noch genug Vergrabmöglichkeiten. Ich habe hier noch genug Decken, unter die ich ihn drunter graben kann. Oder soll ich eine Schaufel holen und ihn dann im Boden vergraben? Leute, soll ich das mal machen? Lass es mich mal in die Kommentare wissen. Oder fürs Erste, Leute, würde ich sagen, können wir ihn mal unter einer Decke vergraben, halt unter dieser bunten. Aber Leute, guckt mal hier, die Decke ist ja schön dick. Darunter können wir gut, darunter können wir jetzt mal gut vor die vergraben. Musik Untertitelung. BR 2018